Das ist ein Duft. Perfetto, Angelo. Danke. Hi. Hallo. Na, bist du alleine oder kommt dein Göttergatte noch? Nein, Johannes hasst einkaufen. Aber er hat mich brav so lange begleitet, bis ich ihn endlich erlöste. Der perfekte Mann. Manchmal beneide ich dich wirklich. Ach komm, du hast mit David doch auch einen echten Glücksgriff getan. Ja. Obwohl, eben hätte man meinen können, du bist mit Angelo zusammen. Was? Wie kommst du denn darauf? Na ja, als du ihm die Krawatte gerichtet hast, sah es aus, als hättet ihr euch geküsst. Sind die von David? Ja, die waren zur Versöhnung gedacht. Habt ihr euch gestritten? Er und Tanja haben sich geküsst. Das heißt, ich dachte, sie hätten sich geküsst. Ja, wie jetzt? Haben sie oder haben sie nicht? Mir ist gerade klar geworden, dass ich mich möglicherweise geirrt habe. Hoffentlich nimmt David meine Entschuldigung an. Ganz bestimmt. David liebt dich. Hm. Hm. sis